Intel ist eh besser als das kack Fernsehen. Na klar, weil mit Hyping. Ach. Wenn das Spiel anfängt, macht die ihre Downloads aus und dann geht das. Siehst du? Schon ist sie im gelben Bereich. Krasser Gegner. Nur noch 300. Oh. Jetzt geht es wieder hoch. Alter. Mit so einem Ping lässt es sich nicht spielen. Bei 200-300 ist das schon scheiße auf EU. Jetzt ist er wieder grün. Ja. Nice. Wunderbar. Wunderbar. Oh. Wunderbar. Wenn sie schon richtig Mühe gehen. Oben links ist eine kaputte Brücke. Dann auch noch so Tore an den Seiten. Das ist ja mega geil. Tore mit Ketten und so. Und dann der Shop ist auch noch voll geil. Der Typ da mit diesem fliegenden Roboter Ding da. Hm. Das ist echt schon. Die Flaggen, die sich hier noch im Wind bewegen. Das ist ja mega geil. Bisschen Totschleif mäßig auch, ne? Ja. Hä? Achso. Hä? Ich dachte schon, ey. Immerhin haben wir den G. Das geht ja. Alter. Alter. G geht ja einfach so alleine rein, ne? First Blood! Lol, ey. Was sind das denn für welche? Pfff! Ah, der hat einen Minion ges... Oh mein Gott. Hast du mir einen Minion hier in den Busch geschmissen? Ah! Wieso hat er so... Wieso hat er so eine kleine Auto-Attack-Range? Ich... Ach, ich hab mich wohl verklickt. Oh, die Weinde! Ach, wei! Oh nee, wir sind auch gleich schon wieder tot. Ah! Nein, du stirbst! Ah! Nein, du stirbst! Never die! Ich hab den Skin-Off! Hey, hin! Baron! Ach so... Ja, der war auch im Sale, ey! Den gab's für 900 Punkte, der musste nur einen Tisch nehmen! Du musstest doch den Ufer auch haben, oder nicht? Auf nem anderen Account, den Mii spielt! Ach so... Extasia? Ja! Ah, da ist nicht nur... nicht nur einmal das machen kannst! Ja! Ich hab auch gefragt, ey! Ich hab gefragt, ob die drei Accounts zusammen machen können! Aber konnten die nicht! War aber auch irgendwie klar! Was geht denn hier, ey? Wieso bin ich überhaupt... Out of Mana mit nem Tier of Goddess? Gauki hat ja... Unmenschlichen Mana verbraucht! Oh! Und ich hab ja noch nicht mal die Ulti! Mit Ulti wird das ja erst heftig! In common! Oh, lol! Passage! Ah! Oh, da hab ich aber Glück gehabt, ey! Hä, wieso ist... 6-11... 4? Ich bin anscheinend grad' gekommen! Ah! Aaaaah! Boaah! Und AP sind schon Dopp die Nasenspray Ah Lol, die hat nicht getroffen Meins, Mann Oh, Mann Killing Spree, Mann Gott, alle mir Oh Und da geht die Wydan Ja, weil alle Minions weg sind Klopsis Drecks, Lux, Ult Oh mein Gott, kannst du denn springen? Oh mein Gott Ja, ja, schon klar Ja Klausi, ID Carry Rind of Horse Pink und tot und tot ich habe nicht mehr geschafft Barrier drauf zu bekommen, sonst wäre ich glaube ich noch entkommen warte da nein 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 Das ist ein Busch. Das ist so warm. Alter. die looks ist heftig die die kann mich glaube ich jetzt so töten mit der url schon fast heftig Geh mal auf den Sion. Oh, krass. Geh mal auf den da drüben. Oben. Auf Quinn. Ah, du bist tot. Ben, Ben. Ben, sonst bist du tot. Diese Regeln sagen, beware the frozen watchers. Does that mean anything to you? Thank you. Ja, ein paar unnötige Töde. Nein, ich darf jetzt nicht mehr sterben. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Oh, du bist tot. Mein Gott. Ja. Die TT, ja. Ich bin nicht mehrstoßen. Ich bin nicht mehrstoßen. Das ist ein Weizen. Ich bin nicht mehr los. Wir sind nicht mehr so erwähnt. Ich bin nicht mehr so erwähnt. Ich bin nicht mehr so erwähnt. werden. Tot! Nicht mehr normal, ey. Die Lux ist das. Die Lux klärt. Und in den Fights klärt Quinn. Die Lux poket uns voll kaputt, ey. Der Kasselin ist gleich tot. Er kommt. Bin ich tot? Äh. Nicht? Wir engagieren, aber keiner kommt. Bin ich tot? Ich hab nicht gesehen. Ach so, ja. Ich hab nicht gesehen. eh Egal, late game, ich übelst tanky Boah, die Wahl schafft es doch nicht NEEIN Ich habe ja kein Laser Triple kill, vorder kill Hehehe, so schön Ja, was soll ich machen? Oh, krass Krass Bomberschaden Ah! Ah! Glaub es nicht Diese Lux Hey! Yo Schön, ey Real? Yeah, for the real Sind, es ist halt so hart, ey 3 Ah Dicken Schild, ey Nothing Ah, ich hab aggro Ah, dieser Wichser Ah, schon wieder diese Lux Hahaha You have been slaved Ah, ich werde es nicht verletzt. Ich werde es nicht verletzt. Ich werde es nicht verletzt. 1 2 3 2 3 3 3 4 6 6 7 der tix kann aber auch nicht so gut zielen ja bevor ich fahren weil du so will ich fahren soll so jetzt geht's ab meinst du das will ich sehen da ist zix ne mit vollem leben nicht verarschen ne ich versuch's ich bin dort der arschl oj 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 die da die sehen ich kann doch ja lux wenn du mich noch mal mit der ulti rastig aus ist ja gerade einer hinterher geflasht oder was nix macht oh YOLO oh mein gott krasser sind der deutsch oh nein nicht mit mir pankiness nöööö nöööö oh 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 pank alter diese lux hat's drauf ey oh 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 Mann, ich glaub's nicht. Mann, ich glaub's nicht. Ich hab keine Schuhe. Achso. Wiffling, wiffling. Wiffling, wiffling. Wiffling hab ich auch nicht hier, Tauk. Was? Ich hab keine Sinschuhen. Movement Speedrun, hab ich nicht. Wiffling, wiffling. Hä? Ich geh nicht da oben. Oh mein Gott! LOL, du hast es überlebt. LOL, der zinscht. LOL, der zinscht. LOL, der zinscht. LOL, der G. LOL, der zinscht. LOL, der zinscht. LOL, der zinscht. Der zinscht ja sogar noch. LOL, der zinscht. LOL, der zinscht. LOL, der zinscht. LOL, der zinscht. Der Kassel-Dien ist voll gefiedelt. Na, es geht. Ja, der tut die alle, also eine Kombo-Reihe halt. Die haben keinen Resist. Die gehen nur noch auf Damage, äh, Aram. Get dunked, sagt die. Das ist ja cool. Oh mein Gott. Idiot. Hat er auch noch geflasht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Martin Tower. Oh mein Gott. Idiot. Entscht. Nein. Oh mein Gott. Die CC. Wie viel? Aua. Was machen die da? Was machen die da? Oh mein Gott. Heftig, wir verlieren das noch. Nö. I had Cam Vengeance. Or Cam Quick. Mein Gott. Kassa Singe das macht die tower heavy wie viel schaden immer diese nicht krieg wo es heute auch kaputt ja was mache ich denn hier los es fehlt nur noch eine lux ult es behindert warum holen sie jungen Da kam die Luxuld. Nein! Wendt? Ah, wendt ja. Nein! 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 Meinst du, sie kriegen mich? Komm, komm, komm! Ja! 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 Nexos, ihr Idioten! So, hab ich mal ein Item? Seine Tränen, die braucht er nicht! Full Build, Full Yolo! I am so tanky, ey! Ja, hat sich die... geholt! Atmos! Zauber! Oh mein Gott! Jo, tot! Wieder eine Lux-Ult! Was ich immer kriegen! Alles! Du bist alleine, ne? Ey! Ja? Ja! Fuck! Ich habe kein Damage, ich habe kein Tank! Da unten! Holy Shit! Ja, keine Fuchs Nexus! Ja! Die Spänen haben wir jetzt nur einmal! Okay. Hier, hier, hier. Wenn die Lux wieder holtet, ne? Weich aus. Ja, weich aus. Alle tot, alle tot, alle tot. Ja, gewonnen. Mach keinen Schaden, aber... Report in G, ne? Ja. Ein bisschen müde bin ich.